Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Part von Fallout 76 und ich habe jetzt gerade eine halbe Stunde danach gesucht. Ich bin verflucht, doch mal mindestens 30 mal durch die ganzen Gebäude rumgerannt und habe nach dieser scheiß Sicherung gesucht. Und Leute, ich habe sie gefunden und zwar ist genau da drinnen und damit haben wir die Tier-Sicherung und die ganzen Standorte, wo wir halt nun die Tierchen suchen werden. Naja gut, nicht nur Tierchen, halt auch unsere lieben, wunderschönen Gule und was auch immer. Ähm, ich verwechsel mal die Tasten. Ich muss mal schnell was trinken. So, wo müssen wir denn überall hin? Auf der Karte suchen. Wir sind hier und unsere Ziele befinden sich, wo? Was haben wir da so schönes? Baue die Typ-T-Sicherung ein. Das wollen wir jetzt, denke ich, nicht machen. Wir wollten jetzt eigentlich eher nach den Viechern suchen. Hallo? Keine Viecher da. Die werden mir auf der Karte anscheinend noch nicht angezeigt. Noch da. Blutprobe 12f, eines wegen Gules und einer MoS-Ratte. Dann können wir ja gleich hier Schnellreise machen. Ähm, ja. Ich möchte ganz gerne 21 ProKoglufe bezahlen. Selbst nach der, nach der Atomkatastrophe boomt das Exportionsgeschäft, äh, Expositionsgeschäft. Genau. Was labere ich heute eigentlich für eine Scheiße an? Exportgeschäft wollte ich eigentlich sagen. Oh, was soll das eigentlich ins Handelsregister eintragen? Obwohl, ich glaube, selbst das Gebäude dürfte nicht bestehen. So, und das war es aber schon. Bevor ich überhaupt was mache. Jetzt habe ich Hunger. Es ist nicht euer Ernst. Ich habe noch, ähm, Fuchsfleisch auch. Ein bisschen Redaktivität stört keinen Menschen. Kartoffelschips kann ich auch noch mal zu mir nehmen. Kaugumbis brauche ich nicht. Ich bräuchte mal trinken, um wieder was zu essen. Ja, ich habe das Spitz fest. Das ist natürlich jetzt ganz blöd. Dann werden wir mal schnell unsere Jagdpflegte raus. Und dann werden wir uns zwei die Blutproben der Viecher besorgen. Was haben wir denn hier als erstes? Ich bin gespannt. Ich habe nämlich nicht gemerkt gehabt, was da jetzt für Viecher sind. Ich weiß nur, Maubus, Ratte, Ghoul und Wolf. Aber so wie es hier aussieht, dürfte es ein Ghoul sein. Oh, ich bin fast rot. Mama, Hilfe. Oh, kennt noch, Mann. Ja, ich bin tot. Ich würde ganz gerne, ja, genau da wieder spawnen, wo ich halt auch war. Die kann ich auch bei mir, wenn ich jetzt spawnen, die kann ich nicht. Ich muss hier bei Kapitol spawnen, okay. Weil ein Kro-Kurken ist jetzt ehrlich gesagt zu schade. Aber, dass die Viecher mich auf einmal so auseinandergenommen haben, finde ich nicht nett. Überhaupt nicht. Das war gerade mal in Stufe 6er. Und 9er. Tatsache, ey. Spawn hier am Arsch der Welt. Verliert dabei sogar noch ein bisschen Leben. Ich hol aber schnell mal mein Jagdgewehr raus. Weil das sein muss. Raiderleicher. Der hat anscheinend nicht lange überlebt. Das nehme ich mal mit. Und noch ein bisschen 10mm-Patronen. Ist nicht schlecht. Ich würde es jetzt hier mitnehmen. Danke. Vielleicht haben wir dann noch eine Chance, wie die Viecher. Weil so schnell kampflos gebe ich nicht auf. Überhaupt nicht. Pisswetter ist auch. Super. Ja. Ist schon wieder so ein Drextag. Boah. Wo kommst du denn auf jeden Fall her? Stürb. So. Wo noch? Du. Warum triffst du mich? Was ist denn los mit mir? Wie sieht doch an. Ich schlag mir die Fresser. Ich schrotze. Ich fülle mich nicht mit. Äh. Mehrzweckachs brauche ich nicht. Was hast du so schönes bei dir. Zumindest. Äh. Pumulte drohen. Ist nicht schlecht. Und dann würde ich sagen. Ich würde dann ganz gerne. Mit. Meiner. Maschine-Persone weitermachen. Hier lade ich mal schnell. Ach ne. Die ist durchgelaufen. Dann brauche ich sie nicht noch mal durchladen. Und dann kriegen die ganzen Drecksviecher jetzt erstmal aufs Bull. Aber das sind doch verbrannte. Das sind doch keine Gulen. Spring. Danke. Ja, ich hätte ganz gerne mein ganzes Zeug wieder. Und hier irgendwo müsste irgendwas sein. Es war ein Ghoul. Und Blutprobe entnehmen. 10 mm Patronen entfernt. Warum? Sind die nass geworden. Verschimmelt. Ich weiß es nicht. So. Ghoul ist abgehakt. Jetzt ist es nur noch Wambelbe. Maulwufsratte. Und der Wolf. Aber ich will keinen Wolf töten. Die sind doch gerade erst hierher gekommen. Naja, egal. Was sein muss was sein. Oh, ein Plüsch. Tja. Ich glaube hier dürfte... Der Wolf sein? Könnte das... Ist das möglich? Könnte das so sein? Momentchen mal. Ich habe mich das eine Mal schon mit einem Wolf angelegt. Gleichmals den Pack reinpfeifen. Weil die treten meistens im Rudel auf. Wie halt im realen Leben. Und sobald die loslegen... Dann hat er ein Problem. Weil die... Die kleinen Viecher sind verdammt schnarr. Und stark. Ich denke mal, dass ich die schon... Ziemlich schnell abmuxen werden kann. Hallo. Bissiger Wolf. Zeig ja. Äh, Leute. Ne. So. Ne. Komm. Woll. Was zum Teufel war das? Was hat er auf mich geschossen? Dann drehe ich mal ein bisschen schneller. War das ein... Äh, jeden Raum Schiff oder irgendwas anderes? Ich habe keine Ahnung. Ja toll. Muss hier ja wieder alles rumwenden. Aber ich glaube, von der Entfernung würde das schon gehen. Was zum Teufel hat er auf mich geschossen? War das ein anderer Spieler? War das... Ich habe keine Ahnung. Ich... Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Ich habe Angst. Es sei denn, es waren wirklich die Aliens. Aber... Warum schießen die einfach so mit, ähm... Mit der Aliengen auf mich? Das war hundertprozentig die Aliens Gun. Aber ich denke mal, das war irgendwie ein anderer Spieler. Ich... Ich habe... Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal das Inventar auf. Also die... Munition hilft schon mal nicht. Ich könnte mal... Meine wunderschöne Waffe benutzen. Dann werde ich wieder da hinsprinten. Ein paar Wölfe töten. Ich... Ja. So. So gefällt mir das schon mehr. Ich bin... Ich bin wirklich verwirrt. Also... Das habe ich noch nie gehabt in dem Spiel. Ich kann ja mal auf der Karte gucken. Ob ein Spieler in der Nähe war. Stufe 13. Stufe 30. Hm. Aber der hat bestimmt nicht von der Entfernung da hinten... Auf mich geschossen. Das kann mir keiner erzählen. Und vor allem ging ich mit dem Alien Blaster. Beziehungsweise Alien Gun. Ich habe schon viele krumme Dinge gesehen. Aber das ist mir auch selbst neu gewesen. Das ist eine Brandbestie. Das fiel. Das fiel. Folg mich. Mama, bitte. Flieg doch bitte weg von mir. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was es ist. Ja, dass ich jetzt dadurch sterbe, ist klar. Alter, was? Warum spawnt denn so ein Vieh bei mir? Ich... Ich spawn einfach mal bei der Feuerware. Alles klar. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, um das Vieh abzuknallen. Weil ich denke mal nicht. Ich kann nur hoffen und beten, dass das Vieh jetzt weg ist. Ne, da hinten sehe ich es noch. Das Vieh ist Stufe 50. Ah, ich bin versteckt. Gut. Das Vieh ist für mich, was ist das Vieh jetzt da hinten? Ja, das scheint irgendwie andere Viecher zu bekämpfen. Ähm. Mach das ruhig. Ich bin weg. Prügel dich gerne mit anderen. Hauptsache nicht mit mir. Ja. Manchmal bleibt es da hinten. Eieiei, Brandbestia. Er hat genauso... Was war denn das? Oh nein. Schon wieder einer dieser groben Menschen. Die rennen nämlich die ganze Zeit mit Pompon rum. Bist du jetzt weg? Warum wird mir die Brandbestia immer noch angezeigt? Nein, das ist das Spiel. Jetzt lad nach. So, da unten müssen jetzt noch mal die Wölfe sein. Hoffe ich. Wunderschönes Zielfernrohr. Und ich sehe nichts. Geil. So, da haben wir erst Wolf. Ja, ja, greift mich mal an. Wenn ich mal sehen würde, wo ihr überall seid. Ja, verbraten, der hilft mir doch. Und du rennen. Mistvieh, stirb. So. Blutproben nehmen. Ich will die Blutproben nehmen. Gut. Das scheint hier nicht gut für mich zu laufen. Von wo wird die noch beschossen? Stirb. Nein. Och, bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Ja, genau. Alter. Was ist los mit dem? Warum ist das Vieh denn immer und immer wieder bei mir? Oh, Gott. Warum können die mich einfach nicht in Ruhe lassen? Warum müssen die das tun? Dann kommen noch 5.000 verbrannte, die mir auch noch das Leben schwer machen wollen. Ich glaube, es hackt. Das Spiel wird mir doch komplett nur rollen. Den ganzen Tag. Ich glaube, ich mache mal. Von mir ist behalten, mein scheiß Staff. Ich hole jetzt die scheiß Maul aufs Ratte. Ey. Ich schlub, mein Schwein pfeift. Dein Maul. Stirb. Der hatte nichts. Es wird Zeit, dass ich bei der Waffe wirklich das Zielfernrohr entferne und ein bisschen nukleares Material finde. Damit ich mir einen Leuchtpunkt, wie sie draufballern kann. Maulwusrat, ja gut, Maulwusratte mit dir. Habe ich ja noch genug Schuss. Moment mal, Maulwusratten arbeiten doch auch im Rudel, nicht wahr? Was ist hier verbrannt auch? Hä? Ist hier kein Verbrannten? Vielleicht da hinten, ja. Ach, da bin ich nicht. Tatsache, wo ist da hinten? Da noch. Ey, die Waffe macht schon gut Damage auf der Entfernung. So, Maulwusratten, kommt raus. Das war relativ einfach. Warum wird mir denn die ganze Zeit Munition entnommen? Verstehe ich nicht. Ah, tollwürdiger. Stirb. So, es dürfen jetzt keine Gegner in der Nähe sein. Das heißt, ich kann jetzt zurück. Ja, für ein Krokokken nehme ich das gerne. Meine Fresse, Alter. So ein Drecksvier. Nee. Aber so ein starkes Vieh in so einer Gegend schon reinzuballern, ist ganz schön hart. Ich muss ja dazu sagen, dass ich hier noch komplett low-level bin, eigentlich. Ach, nee. Gehen wir mal gleich rein. Und sorgen dafür, dass wir geheilt werden. Oder für immer geheilt werden. Okay. Oh, geh doch, Mädel. Weg. Hör doch auf, in den Däckung zu gehen. So. Wo noch? Oben. Oben. Das war ein Stimpact. Das war absolut dämlich. Egal. Ist auch tot. Im Probe-Wolver brauche ich nicht. Wow. Ja, ich muss nachladen. Hallo. Du brauchst gar nicht auf mich schießen. Ach, ich hab so wenig Munition dafür. Ja. Ist jetzt ein Romoro unten? Vielleicht auch mal nichts. Hm. Die waren anscheinend auch oben. Ach, ja. Jetzt geht's wieder auf die Suche nach dem Keller. Mit was hat denn der geschossen? Der hat doch bloß mit dem Pumper-Sode geschossen. Komm raus. Ich hab's da nicht mehr sehr viel TP, aber es ist erstmal egal. Seitdem. Sichel. Bleirohr. Alter, was ist los mit dir? Alter. Was, was ist, was ist denn heute los? Ich, 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 ich rüste gleich eine andere Waffe aus. Alter. Ich bin gerade vor... Alter. So. Dieser Verbrannten gehen mir heute so dermaßen auf den Sack. Alles liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Pumpe nicht dabei habe. Ich glaub, ich sollte mal wieder die Pumpe ausrüsten Und damit durchranzen Aber dafür brauch ich ein bisschen Klebeband Und Aluminium Und das liegt ja blöderweise Bei diesem großen Drecksvieh Ah, tut das weh Ah, okay, wir beruhigen uns Ich will gleich meine Jagdplinte auspacken Sag, ich will meine Jagdplinte auspacken Ähm Und auch das ist nicht, Alter Ey Ich glaub, ich rassle hier aus Allgärten, nischt Doch, die haben eine Pumpgun Kurz Dann, wenn wir mal mit der Pumpgun durchrennen Au Neo, das tut weh Was machst du heute? Ich weiß es doch selbst nicht Ich weiß es doch selbst nicht Oh, Dosehundlifter Oh, du bist auch tot Jetzt lass mich nachladen Die Alter hat wahrscheinlich Ich versuchte Kuchen rauszuholen Und ich denke mal Der wird funktionieren Na, ich doch Deswegen ist er wahrscheinlich verhungert So Hier bin ich gestorben Der hat bloß ein Gleihrohr, genau Aber ich konnte ja glücklicherweise nichts fallen lassen Weil ich ja nichts mehr hatte Gut Hilf dir in den No-Scope Und Mal bitte wieder hier raus Weil ich möchte nicht an Strahlung sterben Das wäre Nicht Cool Hier irgendjemand? Tatsache Ein kleiner Penner Nimm ich gerne, nimm ich gerne, nimm ich gerne Geharrtet Braue ich nicht Braue ich nicht Braue ich nicht Alles Schwachsinn, was er hat Okay Hier drin ist nichts Dann werden wir Die Blutproben einfüllen Sicherung ersetzen Achso So Blutproben analysieren Und Was sagst du? Ja Ein Irrstoff Genie verbrannt Und solche Blablabla Blutproben nochmal analysieren Okay Bereit für den Funk Ich hab mir Ja Lass mich da reingehen Vorbeugen ist besser als heilen Wenn du das hörst Hast du meine Arbeit vollendet Und dich geimpft Oh Wir haben Rezepte gekriegt Und ein bisschen Munition Hey Nicht schlecht Nun denn Irgendwas interessantes hier noch? Dann werden wir mal schnell wieder rausgehen Und dann würde ich sagen Sehen wir uns bei der nächsten Folge Wieder von Fallout 76 Habt doch schönen Tag Und Ciao Ciao